Ich verschreibe dir jetzt drei Rezepte mündlich. Das erste gegen dein Kopfweh, hör auf, über die Liebe nachzudenken. Das zweite gegen dein Bauchweh und die quälenden Träume. Leg dir Papier und Feder neben das Bett und schreib sofort nach dem Aufwachen alle Träume auf. Drittes Rezept, gegen dein Herzweh, holt ihr das Mädchen zurück? Oder vergiss sie? Es geht leider beides nicht. Warum? Darf ich mal auf Ihre Couch, Herr Professor? Was willst du denn auf meiner Couch? Das weiß ich nicht. Aber wenn ich mal draufliege, werde ich schon rausfinden. Glaubst du?